Hallo, ich bin Wolf Parmann, ich bin von Sabine Holdorf-Schuss, kombiniert worden für den Ice Bucket Challenge. Vielen Dank dafür, Sabine. Ich bin gerade auf dem Feldberger See mit guten Freunden und Ermangelung von Eiswasser gibt es eiskaltes Wasser aus den Feldberger Seen. Meine Kandidaten sind Frau von Laufenberg, die wir finden, die beste Lehrerin der Welt, das Sportidol meiner Jugend, Willi Holdorf und mein Landesvater, Thorsten Albig. Ah!